Ein Podcast vom YouTube-Kanal Reisefalter mit dem Titel Urlaub in Frankreich. Folge Wir entdecken die Normandie. Nach Frankreich fahren und kein Wort Französisch können und dann die Nachbarn, die da meinen, die Franzosen können, die Deutschen nicht leiden. Und Touristen ohne französische Kenntnisse haben sowieso keine Chance. Nun, das war zum Glück alles ein Irrtum. Wir haben 2008 diese erste Reise trotz aller Unkenrufe gewagt. Denn wir sind ja mutig. Hallo Camping- und Reisefreunde. Ich bin Hanyok vom YouTube-Kanal Reisefalter. Hört ihr schon die Nachbarn reden? Ohne Französisch kommt ihr da nicht weit. Die Deutschen sind einfach unbeliebt in Frankreich. Gerade in der Normandie haben wir Deutsche schlechte Karten. Die Normandie. Sie liegt nördlich von Paris und in Richtung Westen mit der Halbinsel Contentant in der früheren Region untere Normandie. Zur Region der Normandie gehören die französischen Departements Calvados. Da kommt das Calvadoschen her. Eure, Mange, Orne und Seen Maritimen. In der Normandie leben so dreieinhalb Millionen Menschen. Ist nicht viel, also großes Land, wenig Leute. Heute möchte ich euch die Normandie ans Herz legen. Eine Region, die wir mit Herzklopfen in einen Augenschein genommen haben. Denn wir haben sie ja reden hören, unsere Nachbarn. Wir hoffen aber, die Unschlüssigen zu überreden oder zu überzeugen und wollen euch erzählen, wie es uns ergangen ist. Es gibt einige Themen, die wir ansprechen werden. Nämlich, wo liegt die Normandie? Wie, wie kommt man da hin? Und wo sind wir eigentlich? Und wo ist unser Ziel? Ein wenig was zur Geschichte und den Sehenswürdigkeiten. Essen und Trinken. Und was hier so los ist. Und was wir erlebt haben. Wir schreiben das Jahr 2008. Und es war schon schön warm im Mai. Die Reiseplanung war schon etwas angenehmer und einfacher. als in den Jahren davor. Wir hatten Internet. Und es gab Webseiten zum Buchen. Natürlich gab es auch ein Tourset vom ADAC. Wie immer, das kannten wir ja schon. Das haben wir uns kommen lassen. Und konnten notfalls mit der Karte fahren. Fahren. Welch ein technischer Fortschritt. Durch meine Arbeit stand mir ein Pocket-PC zur Verfügung. Es war kein Laptop oder Notebook. Aber es war ein kleiner PC. Na, da würde man heute schon Handy zu sagen. Es gab auch schon Navigationsprogramme. Und mein Auto und der kleine PC hatten dafür auch eine GPS-Antenne. Das Kartenmaterial war dafür leider noch nicht so weit. Das fing gerade erst alles an. Und so schön wie heute hatten wir es dann nicht. Die Karte ging nur bis Lille. Danach war nichts vorhanden. Und so sah dann unsere Reiseplanung auch aus. Unser schnuckliges Ferienhäuschen konnten wir zu Hause buchen. Über Feebo direkt. Dort gibt man die Boulangerie ein. Und den Ort Bressy. Und schon erscheint so ein hübsches Häuschen. So richtig was für uns beide. Ich habe hier mal die Koordinaten. 48,70535 Grad Nord. Und minus 1,14141 Ost. Also hinter dem Nullmeridian von Greenwich. Und der wird auch auf der Autobahn angezeigt. Bei der Buchung bekommt man dann ein Bestätigungs-Mail mit einem Schlüsselcode. Um dann das kleine Häuschen in Besitz zu nehmen. Von Gessmold über Münster und den Ruhrpott, der noch richtig Ruhrpott war. Das stank jämmerlich. Nach Lille in Frankreich. Dort sollten wir in einem Hotel übernachten. Das wir natürlich auch online gebucht haben. Der Besuch von Lille stand auf dem Programm, um dann weiterzufahren. Französisch konnten wir auch noch nicht plappern. Also durchkämpfen mit dem Wörterbuch. Die Übersetzer waren auch noch nicht so gut wie heute. Es hat aber schon funktioniert. Denn auch Englisch ist in Frankreich eine Alternative. Das liegt wohl daran, dass hier die Briten mal regiert haben. Und sie finden es offensichtlich hier sehr schön. Denn unser Häuschen war im britischen Besitz. Nun, eine Hürde weniger. Es geht also auch nicht nur mit Französisch. Durch die Nähe zum Ärmelkanal und Großbritannien ist das hier in der Normandie überhaupt kein Problem. Also keine Angst bei der Kommunikation. So, nun sollten es alle wissen. Die Normandie liegt im Norden Frankreichs. Am Ärmelkanal. Ebbe und Flut sind hier gewaltig. Und ein sehr interessantes Schauspiel. Wir fahren mit GPS-Unterstützung nach Lille ins Hotel. Das waren nur 470 Kilometer. Natürlich bekommt man einen Code für den Schlüssel, um das Zimmer in Beschlag zu nehmen. Also alles digital und dann hatten wir einen Schlüssel. Unser erster Kontakt mit Menschen hier in Lille beim Einkaufen. Irgendwie bekommt man das alles raus, was man braucht. Und wir hatten die Produkte, die wir haben wollten. Alles überhaupt kein Problem. Nun ein wenig zur Mentalität. An der Kassenschlange ging es nämlich gemütlich zu, mit Schwätzchen und so weiter. Und die Franzosen haben lange die Ruhe weg und mögen keine Hektik. Das gefiel uns auch schon. Wir haben Lille in sehr guter Erinnerung. Denn als wir zurückkamen, war der Film von den Sties auf Deutsch draußen. Den haben wir uns im Kino in Osnabrück mit einem Gläschen Wein angesehen. Und das war unheimlich lustig. Gemeinsam lachte es sich wesentlich besser. Nun ging es weiter, ohne Navi und nur mit dem Tourset und Karte. Meine bessere Hälfte hat hier schwer arbeiten müssen, als Navigator. Wer es etwas eiliger hat, der nimmt lieber die Maut in Anspruch. Sonst dauert das ein wenig länger. Die Straßen oder die Autobahnen mit Maut sind sehr gut gepflegt. Da können wir uns eine Scheibe von abschneiden. Ja, wie geht es halt weiter? Das Übliche eben. Die Straßen und Städtenamen so gesprochen, wie geschrieben. Das macht jedes Navi heute auch so. Und ist dann schon mal etwas Lustiges, wenn man dann doch schon ein bisschen Französisch gehört hat und die Straßennamen und die Städte auch dann in Französisch kennt. Die Autobahn führt so über etliche Hügel mit enormer Steigung. Dann kommt die Ponte Normandie, eine gigantische Hängebrücke, die wir inzwischen mit Leidenschaft besuchen. Dahinter ist das Hafenstädtchen Enfleur mit einem kleinen Hafen, der zum Verweilen einlädt. Hier sollte man sich etwas Zeit lassen, denn die Reise ist ja ein bisschen beschwerlich. Danach kommen schon exklusive Badeorte mit dem Atlantic Flair. Dann fahren wir über den Nullmeridian, der hier wirklich ausgeschildert ist und die Koordinaten zählen bei East ins Negative. Wer mit seinem Gespann nicht so schnell ist, kann bei den großen Steigerungen die Langsamfahrspur benutzen und muss sich nicht wieder einordnen, denn es geht einfach geradeaus weiter und die anderen müssen sich einordnen. Kurz vor Affenst verlassen wir die Autobahn und fahren nach Bressis, einem sehr schönen kleinen Städtchen. Hier gibt es auch Märkte, auch in der Umgebung ging es Märkte, die haben wir alle besucht. Hier kann man gut einkaufen und hat so mal ganz schnell was aus dem Super-Ü. Ja, in diesem kleinen Städtchen ist auch was los. Hier findet regelmäßig das Open-Air-Fest Papillon des Noirs statt. Wir haben die Dachluken im Ferienhäuschen offen gelassen und hatten so ein super Konzert. Es geht also am Campingplatz vorbei, den wir später auf der Rückreise aus der Warn-D benutzt haben. Auf zur Boulangerie. Ja, ihr wisst ja, der Schlüssel liegt in einem kleinen Kästchen bereit und ihr habt den Code bekommen bei eurer Anmeldung. Euch begrüßen, zumindest im Mai, blühende Apfelbäume und versprechen guten Cidre oder Calvados. Diese leckeren Tropfen schmecken ja zu jeder Zeit unheimlich gut zur Grillwurst, zum Rindersteak oder zu den Meeresfrüchten, die wir hier erst einmal genießen konnten. Ja, Meeresfrüchte waren wir nicht so gewohnt. Wir haben aber am Nationalfeiertag mit dem Franzosen zusammen Muscheln gesammelt am Strand von Saint-Thomas in der Bucht vom Saint-Mont-Michel. Wir wissen jetzt Bescheid und hatten unsere Instruktionen nicht nur in Französisch und ein bisschen in Deutsch, nein, auch ein bisschen in Englisch. Die Franzosen sind also nett, sehr nett sogar und freuen sich über neugierige Besucher ihres Landes. Damit ist auch schon mal ein Vorurteil weg. Wenn Ihr dann an der Bucht weiterfahrt, kommt Ihr nach Granville und könnt im Garten von Christian Dior das Blumenmeer bewundern. Der Hafen lädt zum Verweilen ein, in einem Bistro kann man sich verwöhnen lassen und von hier aus fahren die Schiffe und die Fähren zu den Chancé-Inseln, die Ihr auch besuchen solltet. Nun, wenn Ihr mal 14 Meter Tide sehen wollt, hier könnt Ihr das. Es gibt jede Menge Sehenswürdigkeiten und Orte, die man sich angucken muss. Zum Beispiel Affrange mit dem Markt oder dem Botanischen Garten. Der Mont Saint-Michel ist etwas, was man sehen muss und das man auch vielleicht in einem Austausch mit Schülern hinbekommt, denn mein Nachbar hat das auch schon hingekriegt. Er war als Schüler am Saint-Mont-Michel mit seiner Schulklasse. Dann gibt es Kankal, die Hauptstadt der Austern. Da haben wir das erste Mal überhaupt Austern geschlürft und wissen jetzt diese Delikatesse zu schätzen. Dann gibt es Chabour, die Hafenstadt, Cotentin, die normannische Schweiz, die man dann auf dem Radweg besuchen sollte, Motorrad oder Fahrrad und so weiter. Es gibt ganz viele Dinge zu sehen, über die wir garantiert noch berichten werden. Die Reisefreunde, die sich hier schon auskennen, werden bestätigen, dass man hier öfter herfahren muss, um wirklich viel zu sehen und man entdeckt immer noch etwas Neues. Es gibt auch für uns immer noch viel zu sehen und zu entdecken, Märkte, Menschen, auch historische Orte, und man merkt, dass wir auch gerne hier gesehen werden. Besucht die gleichnamige Playlist in unserem Kanal. Da haben wir auch einiges für Euch. Also, es macht keinen Bauchschmerzen, Frankreich als Reiseland zu entdecken. Macht es auch mal. Tschüss, Euer Hanjörg und es macht nichts mehr,